Mein Name ist Abdurrahman Reidegeld. Ich bin geboren worden 1966, komme aus einer deutschen Mittelstandsfamilie, wenn man das so sagen will. Mit 18 Jahren, also 1984, habe ich zum Islam gefunden, nachdem ich mich schon einige Zeit mit theologischen Themen beschäftigt hatte, mit verschiedenen Religionen. Dann begann ich relativ schnell 1985 das Studium. Nach dem Studium hatte ich den Magister abgeschlossen, habe dann verschiedene andere Fortbildungen gemacht, habe mich relativ schnell im Dozentenbereich dann angesiedelt und jetzt mittlerweile bin ich ansässig in Wien, in Österreich seit 2005, habe 2012 den Doktortitel dazu gemacht. Das hat eine lange Geschichte, hat lang gedauert. Und jetzt mittlerweile arbeite ich halt hauptsächlich in einem Studiengang, das ist der private Studiengang für islamische Religionen, Pflichtschulen, wo islamische Lehrer ausgebildet werden, auf der einen Seite in Österreich und bin aber auf der anderen Seite auch immer privat in verschiedenen Funktionen für verschiedene Bereiche in den Themen unterwegs, für die ich hier und da Interessenten finde. Das sind meistens Themen der islamischen Innerlichkeit, theologische Themen unvergleichbares. Wie lange dozieren Sie schon? Ich habe angefangen, das war schon während des Studiums, aber da war ich noch kein Volldozent. Man kann sagen, das kommt im Laufe der Zeit. Man interessiert sich für manche Themen und sobald man in einem Thema schon ein bisschen fester ist, ein bisschen fixer, kann man sagen, dass man versucht etwas vorzutragen. Ich würde sagen, ich begann, indem ich einfach Vorträge, Mini-Vorträge vor Studenten, als Student machte. Und dann kommt die persönliche Sicherheit, das heißt, dass man anfängt, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, dass das eine Interaktion gibt. Das ist ja wichtig. Es ist eben doch der Unterschied zum Internetunterricht. Da spricht man in eine Kamera, der andere guckt einfach zu, man berieselt sich. Im lebendigen Unterricht gibt es ein Gefühl, es gibt einen Austausch, es gibt ein Antworten. Man reagiert auf die Fragezeichen, auf die Ausrufezeichen, die über den Köpfen schweben. Es gibt manche Witze, es gibt Lache, es gibt auch berührende Elemente. Das ist dieses Menschliche, was immer durch den Saal schwebt und das macht das Ganze zu einer lebendigen Sache. Das muss man früh üben. Das können nicht viele Leute. Das ist nicht nur eine Wissensfrage. Wissensfrage, also das Wissen, das können viele erfüllen. Aber dieses Gefühl, ich möchte mit den Menschen Kontakt haben, ich möchte mit ihnen etwas zusammen machen, ich möchte, dass sie nicht herausgehen aus dem Saal, ohne dass sie was mitnehmen. Und diese menschliche Absicht teilt sich mit. Das ist das Besondere. Das brauchte ein bisschen, das brauchte auch eine Selbstsicherheit bei dem Vortragenden. Ich würde sagen, das brauchte sicherlich circa zehn Jahre. Als Dozent arbeite ich de facto heute seit, also ich würde sagen, dass ich arbeite seit ungefähr 2000 als Dozent. Vorher würde ich sagen, ich war ein Vortragender, habe das ein bisschen ausprobiert. Es brauchte eine Reihe von Jahren. Sagen wir mal, ich fing mit dem Studium an 1985. Ungefähr im Jahre 1995 habe ich das erste Mal versucht, wirklich Vorträge zu machen und wirklich als Dozent im Namen, im Sinne des Wortes seit ungefähr 2000, 2001. Was sind Ihre Stärken? Es ist immer eine gefährliche Unternehmung, jemanden zu fragen, wo er sich selbst als gut bezeichnet. Genauso gut könnten Sie mich fragen, wo sind Ihre Schwächen. Ich will es einmal so probieren, ohne Übertreibung und ohne, dass ich das Licht unter den Scheffel stelle, altdeutsch gesagt, eine Stärke liegt in der Zusammenschau. Ich bin von meiner Natur, vielleicht von meinem Werdegang her so, dass ich gerne viele Aspekte einer Sache beleuchte. Andere haben die Stärke, dass sie eine Angelegenheit schnell zu Ende bringen können. Sie konzentrieren sich auf ein Projekt und können es schnell zu Ende bringen. Das kann ich nicht. Ich war immer schon so gestrickt, dass ich gleichzeitig 10, 20 Projekte hatte, sodass die Leute mich gefragt haben, Mensch, wie machst du das eigentlich und willst du auch mal vielleicht irgendwo zu Ende kommen? Ich sagte nein, denn es ist so, oftmals gibt mir ein Gebiet, mit dem ich mich beschäftige, einen interessanten Aspekt oder Input für ein anderes Projekt. Und viele Zusammenhänge erkennt man, wenn man sich für viel interessiert. Natürlich habe ich die Schwäche. Es fällt mir schwer, sehr lange nur bei einer Sache zu bleiben, denn ich habe die Neigung, dass es mir dann langweilig wird. Jetzt als Dozent konnte ich das ein bisschen ausgleichen. Ich mache so, dass ich eher ein überschaubares Thema wähle. Und dieses Thema versuche ich tatsächlich aus vielen Aspekten heraus zu beleuchten. Aber das bringe ich natürlich zu Ende. Insofern, ich muss ja, ich muss hier die Präsentation fertig machen. Ich muss in der Regel an einem Wochenende den Leuten etwas mitgeben, was ein ganzes, rundes ist. Denn die Leute können ja mit einem halben Vortrag nicht so anfangen. Das heißt, ich bin hier quasi unter Zugzwang. Da könnten wir sagen, eine Stärke ist, ich kann den Leuten, glaube ich, man müsste eigentlich ehrlicherseits die Leute fragen, ja. Also ich glaube, es ist mir möglich, den Menschen etwas von dieser geistigen Sache zu vermitteln. Etwa bei dem Thema heute. Es geht nicht nur um Namen, es geht um eine Welt, die dahinter steht. Das ist eigentlich bei all meinen Vorträgen so. Am Anfang sind die Leute so eingestellt, dass sie sagen, das Thema ist vielleicht interessant, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man damit zehn oder sogar noch mehr Stunden Vortrag füllen kann. Mein Gott, das erzählt man eine halbe Stunde und dann ist damit fertig. Und sobald die erste Einheit vorbei ist, erkennen die Leute, manche sind regelrecht bestürzt, man sieht, wie die Fassaden zusammenbrechen bei den Zuschauern. Man merkt, die Leute haben sich das nicht vorgestellt. Sie sagten, jetzt erst erkenne ich, da ist ja noch mehr dahinter. Und ich sage, jawohl. Und wir haben auch heute nichts anderes gemacht, als die Oberfläche der Oberfläche anzukratzen. Wir haben nichts weiter gesagt, als dass wir am Gipfel des Berges ein bisschen im Staub gekratzt haben. Die Wirklichkeit ist, wir waren nur am Strand und haben uns die Zehen mit etwas Wasser begitzeln lassen. Aber hinter diesem Ozean liegen Länder und Kontinente und noch andere Ozeane, von denen wir noch nicht die geringste Ahnung haben. Das kann man sich eigentlich, wenn ich das ehrlich sagen darf, mit dem reinen Verstand auch schon sagen. Dass hinter den meisten Dingen noch viele andere Dinge stehen. Aber die Wirklichkeit ist, dass die meisten Leute nicht erst seit heute nur selten in die Tiefe vorgraben wollen. Sie begnügen sich mit oberflächlichen Dingen. Warum? Weil ihre Umwelt ja nichts anderes von ihnen erwartet. Ich nenne das manchmal die gezüchtete Dummheit oder Oberflächlichkeit. Leider leben wir heute in einer Zeit, in der diese Oberflächlichkeit kaum ein Pendant hat. Es gab immer so etwas. Aber es gab auch ein Pendant. Literatursendungen, es gab zum Beispiel Dichterlesungen, die viel weiter verbreitet waren als heute. Heute ist es für verschrobene Leute, die im Club vielleicht mal sich gerade treffen bei einem Tässchen Kaffee. Früher war das eine Volkssache. Das ist es heute nicht mehr. Und ein großes Problem ist die Frage, wie man mit der Virtualität umgeht. Die Virtualität ist nützlich als zusätzliche Informationsquelle, aber sie ist schädlich als Wirklichkeitsersatz. Diese scheinbare virtuelle Realität ist keine Realität. Sie ist eine Vortäuschung. Und die Leute, die quasi nur darin leben, entwickeln eine Art von, und ich würde sagen, asozialem Gesellschaftsleben. Diese Leute sind nicht mehr fähig zu einem normalen, üblichen Austausch. Ich kenne solche Leute viel. Die sind nicht schlechte Menschen, das sage ich nicht. Aber es fällt diesen Leuten unheimlich schwer, einem lebendigen Gespräch zu folgen. Meine Vorträge haben jetzt, ohne das zu lange auszubreiten, die Eigenart, ich spreche gerne, aber untermale das mit Beispielen und vor allen Dingen mit Grafiken. Denn ein Bild sagt, das ist tatsächlich so mehr als tausend Worte. Viele meiner Grafiken haben Symbolcharakter. Es ist viel leichter, aus einer grafischen Anordnung eine komplexe Zusammensetzung zu erkennen, als ich das mit tausend Worten könnte. Aber man merkt auch, die Sache selber braucht eine Erläuterung. Die Sachlage ist oft so, dass man doch eine Erläuterung braucht. Für mich ist entscheidend, wie ich das mache. Ich muss schauen, wie die Menschen darauf reagieren. Wenn ich merke, die Leute verstehen die Ausführungen nicht im ersten Satz, ändere ich meine Taktik. Merke ich, dass die Leute müde werden, manchmal wegen des Wetters, der Tageszeit, auch dann muss ich auflockern. Ich merke manchmal, die Leute mögen keine Witze, dann verbiete ich mir das. Oder umgekehrt, sie springen darauf an, dann mache ich sie wieder mehr. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ich muss das als etwas Lebendiges nehmen. Eigentlich ist das, was da abläuft, nicht nur ein Monolog, das wäre ja furchtbar, sondern es ist ein Disput, der aber sehr subtil abläuft. Die Leute werden ja beim Vortrag in der Regel nicht selber sprechen. Dazu ist ja die Fragerunde am Ende. Aber dieses Interagieren passiert trotzdem zwischen mir und den Menschen. Man merkt den Unterschied deutlich, wenn man zum Beispiel einmal eine Aufnahme sieht oder jemand direkt anwesend ist und dann würde man einen sogenannten Internetunterricht sehen, wo ich oder ein anderer zum Beispiel nur in die Kamera spricht. Jeder sagt, das ist wie ein toter Wurm. Man merkt den Unterschied, auch in der Art, wie man vorträgt. Denn so wie ich vortrage, ist es eine Antwort auf das, was mir im Publikum entgegenkommt. Und ich glaube, dieses Interagieren, das braucht der Dozent und das braucht da der Teilnehmer und das ist das, was die Teilnehmer auch daran hält. Ist es in Deutschland relevant, die Islamologie zu unterstützen als zusätzliches Instrument der Weiterbildung, wenn in Universitäten bereits die Islamwissenschaft als Studiengang angeboten wird? Ja, das kann man durchaus so bejahen und das liegt daran, die Islamwissenschaft als eine Seite und die Islamologie als eine andere Seite sind, wenn man so will, nicht auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Die Islamwissenschaft betrachtet den Islam als ein Forschungsgebiet und betrachtet aus akademischer Sicht verschiedene Aspekte, zum Teil auch sehr interessant. Geht aber nicht davon aus, dass man quasi für den Muslim oder den muslimisch Interessierten etwas vorstellen möchte, was aus dem Inneren dieser Religionspraxis heraus stammt. Man merkt das daran, dass die meisten Islamwissenschaftler zum Beispiel nicht wissen, wie ein rituelles Gebet geht. Die müssen ja selbst nicht beten, aber es ist so, dass viele Islamwissenschaftler ein sehr zwiespältiges und seltsames Verhältnis zu dem religiösen Aspekt Islam haben, was ja eigentlich sehr erstaunt. Das liegt daran, dass sie den Islam, das wird auch immer wieder von den Islamwissenschaftlern betont, von den Orientalisten, dass sie den Islam als ein Studienobjekt sehen, wo man verschiedene Aspekte betrachtet, nicht aber als etwas ganzheitliches, was man auch als ganzheitliches Konzept vorstellt. Für Muslime und Leute, die sich für den Islam interessieren, in ganzheitlicher Hinsicht ist das also nicht ausreichend. Es ist interessant für einzelne Aspekte. Die Islamologie hat aber jetzt einen anderen Zweck. Die Islamologie hat die Absicht, die Fachbegriffe, die Wissenschaften und die Wissensansätze von authentischen Quellen, von eigenen authentischen Quellen ausgehend darzustellen. Auch das ist nicht immer in der Islamwissenschaft der Fall. Das heißt, die Islamwissenschaft interpretiert bestimmte Begrifflichkeiten nach ihrem eigenen Metier, nach ihrem Verständnis. Das ist in ihrer Sicht auch akzeptabel, kann aber nicht verallgemeinert werden, dass das quasi das wäre, was Muslime davon meinen. Das ist genauso, als würde ich sagen, wir haben jetzt Christologie in dem Sinne als Studienfach. Man betrachtet die Historie der Entwicklung eines christlichen Bildes, oder man würde jetzt sagen, was meint eigentlich ein christlicher Theologe zum Gottesbild. Das sind ja völlig verschiedene Dinge. In dem Sinne, die Islamologie deckt einen Bedarf ab, der bei Muslimen besteht, hauptsächlich, und bei einigen interessierten Nichtmuslimen, die das quasi von authentischer Quelle haben wollen, allerdings auf wissenschaftlicher Ebene. Und die Islamwissenschaft betrachtet den Islam in seinen Aspekten als ein Forschungsobjekt und sieht ihn in Aspekte unterteilt und wird ihn auch so betrachten, zum Teil mit interessanten Themen, da sage ich nicht nein, aber kann das ganzheitliche Bild nicht geben. So ungefähr. Also wenn Sie jetzt Kunst studieren, dann müssen Sie natürlich auch geschichtliche Aspekte dabei haben, aber Ihr Fokus ist, die Kunst wirklich vorzustellen, vorzuleben, auszuüben und zu zeigen, wie die Ausübung funktioniert. Die Techniken werden also vorgestellt in der Praxis und auf die Praxis bezogen. Die Kunstgeschichte betrachtet quasi die Ergebnisse, vielleicht auch einmal die Instrumente, dies ist ein Pinsel aus der Zeit Leonardo da Vinci's, aber es geht nicht darum, den Studierenden dieses Faches zu vermitteln, wie das funktioniert, sondern nur, wie es in der Theorie wohl gewesen sein mag. Das ist also eine Betrachtung eines abstrakten oder abstrahierten Themas und die reale Kunst oder Kunstausübung geht davon aus, wie man die wirkliche Kunst ausübt. Und das ist der Unterschied, ja. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie wichtig ist die akademische Weiterbildung im Islam für Muslime? Akademische Weiterbildung muss nicht von jedem ausgeübt werden, aber es muss eine Gruppe von Menschen geben in jeder Bevölkerung und in jeder geistigen Verortung und auch vor allen Dingen in jeder Religion, die erhalten bleibt. Das Problem ist, akademische Tätigkeit hat den Sinn oder kann den Sinn haben, dass man eine Sache tiefgreifend betrachtet, dass man klare Begrifflichkeiten schafft, dass man Definitionen setzt und dass man eine Sache überhaupt nachvollziehbar macht. Es muss eine Methode sein, ein Objekt und eine Betrachtungsweise, ein Ergebnis, was nachvollziehbar ist, vielleicht auch zu reproduzieren. Wenn man das nicht hat, dann wird alles reine Vermutung. Wir würden ja auch sagen, dass zum Beispiel ein Physiker, der eine, der zum Beispiel jetzt in der Maschinentechnik arbeitet, ja nicht einfach nach gut Dünken, nach Ausprobieren etwas macht. Es gibt bestimmte Formeln, es gibt Erfahrungswerte, es gibt Materialkunde und aus denen wird etwas erstellt. Insbesondere, wer würde denn sein Leben einer Maschine, einem Fahrstuhl, einem Auto, irgendeinem Instrument anvertrauen, wenn nicht klar wäre, ob ihm das Ding in der Hand explodiert, unter dem Hintern wegbricht oder ähnliches. Das geht ja nicht. Und genauso ist das in der allgemeinen akademischen Auffassung. Es gibt eine akademische Art und Weise, die manchmal natürlich etwas trocken ist, aber es geht darum, dass man sagt, man möchte ein nachvollziehbares Ergebnis, wo alle Fakten überlegt sind und man mit Rationalität zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Diese Beschäftigung muss auch bei Muslimen sein. Das gilt insbesondere für die Beurteilung von bestimmten Phänomenen, Bewegungen und geistigen Richtungen. Wenn man zum Beispiel fragt, hat eine geistige Richtung oder Verortung wirklich ihren Ursprung im Islam oder ist das eine philosophische Richtung, ist das eine sozialpsychologische Entwicklung oder ähnliches, dann kann es nicht sein, dass Außenstehende, die den Islam nicht wirklich kennen, dazu etwas sagen und Muslime nicht befragt werden. Andererseits Muslime, die keine akademische Bildung haben, haben oft nicht die Möglichkeit, hierzu fundiert Antwort zu geben oder nachvollziehbar für Leute, die im akademischen Rahmen tätig sind, auf einer anderen Seite. Man möge bitte auch bedenken, akademische Antworten und Ausarbeitungen müssen ja auch verstanden werden. Wenn ich zum Beispiel aus einem Wissenschaftsgebiet nicht komme und einen Wissenschaftstext lese, das hat mit Islam jetzt gar nichts zu tun. Ich verstehe ihn vielleicht nicht, obwohl er deutsch ist. Es ist eine Wissenschaftssprache. Ich brauche also wie bei Schlüssel und Schlüsselloch oder Adapter jemanden, der diese Sprache spricht und einen anderen, der diese Sprache versteht. Wenn Akademiker zum Beispiel im bundesdeutschen Rahmen mit guter Berechtigung über sozialwissenschaftliche Aspekte des Islams sprechen und jetzt einen Theologen haben wollen, der auf der gleichen akademischen Höhe ihnen einen Input gibt, damit sie dieses Phänomen, was sie wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich untersucht haben, jetzt auch von der theologisch-wissenschaftlichen Seite nachvollziehen können, müssen wir einen Theologen haben, der auch dieselbe Sprache sprechen kann, der auf demselben Niveau ist, der nicht irgendwelche apologetischen Sprüche klopft. Und das genau ist das Problem. Hier gibt es noch zu wenige Leute. Oder hier gibt es keine Sensibilität. Wenn man die Gemeinden, wenn man die Gemeinschaften fragt, man findet immer wieder ein Problem. Man sagt, aber wir haben doch unsere Leute. Da müsste man sagen, ja, wir haben Leute. Aber die sprechen nur von innen nach innen. Wir müssen aber jetzt langsam eine Schicht von Menschen haben, die auf einem bestimmten Niveau von innen nach außen sprechen können. Die Mehrheitsgesellschaft muss uns verstehen können. Sie kann uns nicht verstehen. Wir können ja auch nicht erwarten, dass die Mehrheitsgesellschaft weiß, wie wir empfinden. Das können nur wir ihnen sagen. Wir müssen es ihnen aber auf eine Art und Weise sagen, die sie nachempfinden können. Oder wenn wir auf der wissenschaftlichen Ebene bleiben. Wenn ein Sozialwissenschaftler zum Beispiel uns etwas unterstellt mit gutem Willen. Ich gehe mal von gutem Willen aus. Und er würde jetzt einen Fehler gemacht haben. Wie wollen wir ihn denn verbessern, wenn wir diese Sprache nicht sprechen, die er spricht oder auf einem Niveau sprechen, das er uns wahrnimmt. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die Wertschätzung, dieses Niveau, auf dem wir uns bewegen. Wenn wir immer nur uns auf einem sehr niedrigen Level, Low Level halten, dann wird uns die Mehrheitsgesellschaft mit gutem Grund nicht akzeptieren. Sie werden sagen, das sind Leute, die noch nicht da angekommen sind, dass wir sie für voll nehmen. Sprechen wir aber in einem bestimmten Niveau, dann mag man uns gerne haben oder nicht, unsere Meinungen akzeptieren oder nicht. Aber man wird die Form akzeptieren müssen. Das ist genau wie in jeder Wissenschaft. Ein Wissenschaftler veröffentlicht ein Buch mit einer These. Ein anderer Wissenschaftler fühlt sich vielleicht abgestoßen von dieser These, weil sie seiner eigenen wissenschaftlichen Meinung widerspricht. Aber er kann diese Meinung nicht totschweigen. Sie hat ein Niveau, wodurch sie zumindest gehört werden muss. Wir als Minderheit müssen uns auf akzeptable und korrekte Weise in dieser Gesellschaft Gehör verschaffen, eine Würde erlangen. Sonst wird es uns nicht gelingen, hier auf Dauer akzeptiert zu sein. Wie wichtig ist die akademische Weiterbildung im Islam für Muslime? Es ist ungewöhnlich, weil die Mehrzahl der Muslime nicht gewohnt war, über ihre religiöse Tradition in dieser Art zu referieren. Das war üblich, viele Jahrhunderte. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass es einen akademischen Tiefschlag gegeben hat und das ist schon in den 20er Jahren zu verorten. Das hat sich selten, also hat sich wenig erholt. Die letzten wirklichen großen akademischen Vorstöße, die einen islamischen Kontext hatten, aus Erneuerungsbewegungen und so weiter heraus, datieren eigentlich aus den 70er, 80ern. Danach ist kaum mehr was zu erwarten. Und das ist genau das Problem. Das ist ein allgemeines Problem der sogenannten islamischen Welt oder den Bevölkerungen mit islamischer Mehrheit. Das hat verschiedene Gründe. Das kann man auch nicht unbedingt den einfachen Leuten zur Last legen. Aber die Menschen, die nach Deutschland kamen in der Mehrheit, die haben diesen akademischen Hintergrund nicht gehabt. Und die hatten nur den Wunsch, ihre Religion auszuüben, auf einfachem Niveau, in einfacher Art und Weise. Solange es niemand interessierte, ging das ja auch gut. Jetzt aber werden durch die Ereignisse in der Welt an die muslimischen Gemeinschaften Fragen gestellt, die eine andere Beantwortung erzwingen. Die Phänomene sind viel komplizierter geworden, als sie ursprünglich waren. Wir können weder die einfachen Antworten der Tradition so einfach übernehmen, noch können wir die gelebte und die geforderte Tradition einfach auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißen. Wir müssen sie gießen in eine adäquate Sprache, die unseren wissenschaftlichen Ansprüchen genügen muss, aber auch den akademisch Gebildeten der Mehrheitsgesellschaft verständlich sind. Wir müssen ja verstanden werden können. Es ist nicht so, dass es in der Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptierbare Ansätze gäbe und anständige Menschen, die uns nicht hören wollten. Aber es ist schwer, hier Adapterpersonen zu finden. Und ich glaube, hier muss dringend etwas getan werden. Das ist natürlich auch eine Sache der Gemeinschaften selbst. Aber hier braucht es eine gewisse Weitsicht. Es gehört dazu, dass einige Personen aus ihrer, sage ich mal, scheinbar freiwilligen Rolle herauswachsen. Der Beleidigte, der in sich zurückgezogene, der, der ja eigentlich sowieso Recht hat, der, der immer missverstanden wird, die bösen Menschen draußen. Ich sage nicht, dass es sich nicht so was auch gibt. Aber das kann man nicht als Allgemeinpunkt nehmen. Und vor allen Dingen, eine Minderheit muss auf die Mehrheit zugehen. Man kann doch nicht erwarten, dass die Mehrheit auf die Minderheit zugeht. Wiederum kann die Mehrheit auch nicht erwarten, dass die Minderheit freiwillig ihre ganze Identität aufgibt. Und ich glaube, mittlerweile kommt man in Deutschland schon an den Punkt, dass man erkennt, die klugen Menschen erkennen, und die gibt es überall, es geht auch nicht so weiter. Man muss zu einem Konsens kommen. Man kann nicht die, die, sage ich mal, die Schreckbilder, die aus irgendeinem Hintergrund des Internets her stammen, auf alle Menschen übertragen. Man kann aber auch nicht sagen, dass alles friedefreie Eierkuchen ist. Allerdings die Probleme, die die muslimische Binnen-Community berührt, sind den meisten nicht-muslimischen Menschen der Mehrheitsgesellschaft völlig unbekannt, was auch nicht verwunderlich ist. Wir sind aus naheliegenden Gründen eine relativ geschlossene Gruppe. Es gibt zwar solche Dinge wie Tag der offene Moschee und ähnliches, das ist klar, aber das, was uns bewegt, empfinden die meisten nicht nach. Das konnte man nicht erwarten, aber es wäre sinnvoll, dass das jemand einmal versucht. Allerdings dazu ist auch kein Anreiz da. Das Problem ist, dass ja die Bereitschaft von Menschen, sich mit einer Sache zu beschäftigen, sinkt, wenn man von einer bestimmten Gruppe von vornherein Negatives erwartet. Stichwort, warum soll ich mich mit dem Islam beschäftigen, wenn das ja sowieso verkappte Terroristen sind? Also das sind ja Gedanken, die bei vielen mitspielen. Oder ja, die zeigen uns die Moschee, aber die Wirklichkeit ist eine andere. Das Problem ist, man kann als jemand einer Minderheit, die unterprivilegiert ist in der Mehrheitsgesellschaft, kaum erwarten, dass sie sich Gehör verschafft ohne Hilfe von außen. Es braucht also einige helfende Personen der Mehrheitsgesellschaft, die sagen, wir wollen die Leute mitziehen. Es braucht aber auch Leute, die open-minded sind von der Minderheitscommunity, die sagen, okay, wir gehen auf dieses Angebot auch ein. Viele, ohne es zu lang werden zu lassen, viele Menschen der muslimischen Community fürchten sich vor dieser Hand und sagen, die wollen uns in Wirklichkeit nichts Gutes. Die wollen uns im Grunde nur auf ihre Seite ziehen und dann sind wir diskreditiert bei unserer Gemeinschaft. Die Leute der Mehrheitsgesellschaft sagen, wie soll ich die Leute denn erreichen, wenn die so mauern? Hier muss etwas passieren. Das Problem ist, dass alle zarten Pflanzen des Vertrauens, die so langsam kommen, brutal zerstampft werden, sobald irgendwo ein Ereignis in der Welt passiert und man sofort wieder unter Generalverdacht gestellt wird. Ich habe das damals einem sehr netten Kollegen bei der Universität von Köln gesagt. Wir hatten uns damals miteinander unterhalten, da ging es um kulturelle Annäherung zwischen den Religionen und ähnliches. Das war vor dem 11. September. Das ist ja so lange schon her. Das war 1997, 1998. Und ich habe ihm damals schon gesagt, also ich sehe, dass die Entwicklung immer schwieriger wird. Er sagte, also ich glaube es eigentlich weniger. Ich bin eigentlich positiv eingestellt. 2013 haben wir uns nochmal getroffen. Er sagt, ich muss sagen, dass sie Recht gehabt haben. Das heißt, das ist das traurige Ergebnis. Das ist eine im Grunde fremdbestimmte Debatte. Auch der einfache Bundesbürger bestimmt die Debatte nicht. Und wir bestimmen die Debatte nicht. Man trifft sich unter vielleicht ungünstigen Rahmenbedingungen, aber auch da muss man sich treffen. Und ich glaube, viele Menschen in Deutschland spüren, wir müssen uns jetzt langsam treffen. Es geht nicht ohne. Welche negative Auswirkung oder negative Entwicklung können bei fehlendem islamologischen Wissen bei einem Muslim hervorgerufen werden? Man könnte fragen, kann es überhaupt positive Auswirkungen geben, wenn jemand sich sein Islam oder sein sonstiges Verständnis von obskuren Internetseiten zusammensucht? Natürlich nicht. Es ist ja so, Wissen ist selten neutral. Es kommt ja immer darauf an, wer sagt was, warum. Wenn jemand zum Beispiel fragt, es gibt jetzt verschiedene Ansichten zu bestimmten Dingen, Verhaltensweisen in der Gesellschaft, Kleidungen, Geschlechterfrage, was weiß ich. Da äußert sich das meistens so, dass viele Leute ihre Identität aus Richtungen herausnehmen, die sie im Internet irgendwann mal gehört und gesehen haben durch irgendwelche Vertreter. Und diese Vertreter kommen meistens aus irgendwelchen Traditionen, die ich mal grob als Takfiri-Gruppen bezeichne. Takfir, jemanden zum Kaffir, zum Nichtgläubigen zu erklären. Das ist das hauptsächliche Charakteristikum. Diese Leute definieren sich als ein Gegen. Ihre Identität ist nicht so, dass sie sich formativ positiv durch Einhalten bestimmter Regeln definieren, sondern durch Verdammen bestimmter Praktiken, die sie bei, jetzt interessanterweise, der Mehrheit, der Minderheit verorten. Typischerweise definieren sich die meisten dieser Gruppen als Gegenentwicklung zu einer im Grunde auch abgelehnten Mehrheit der Minderheit. So seltsam das klingt. Diese Leute bilden also immer nur eine kleine Minderheit. Das ist allerdings meistens attraktiv für Leute, die ihre Identität suchen und sie nicht gefunden haben. Nehmen wir zum Beispiel, das hatten wir vorhin leicht angesprochen, nehmen wir zum Beispiel einen jungen Menschen, der, was jetzt neu ist, aus einer multiplen Familie heraus stammt. Wir würden jetzt auf der Großelterngeneration schon fünf, sechs, sieben Kulturen finden. Das ist heute nicht mehr so selten. Dieser Mensch kann sich überhaupt nicht an die, in Anführungsstrichen, Kultur seiner Vorfahren orientieren, denn er könnte es nicht gleichzeitig machen. Wenn er zum Beispiel irgendwo nach Nordafrika hinkommt, irgendwo nach Indien, irgendwo nach Pakistan, irgendwo von mir aus nach Südindien, was soll der Mann jetzt machen? Oder die Frau? Noch dazu, dass viele Forderungen, die an ihn oder sie gestellt werden, hier in dieser Gesellschaft gar nicht umsetzbar wären, selbst wenn sie es täte. Es ist etwas, was gar nicht zu dieser Gesellschaft passt. Das empfindet diese Person auch. Aus dieser Zerrissenheit heraus sucht man jetzt sein Heil in religiösen Dingen. Das ist grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht. Das Problem ist, diese Menschen haben keine Verortung in den traditionellen Gemeinschaften. Das heißt, auch die traditionellen Gemeinschaften können hier keinen mäßigen Einfluss ausüben. Hier tritt jetzt das Internet auf. Das ist jetzt nicht ein Gelehrter, sondern ein Sheikh Google und der Mufti Twitter. Und diese sind jetzt diejenigen, die demjenigen oder derjenigen all ihren Input geben. Das Dumme ist, dass hier die extremsten und die perversesten Meinungen auftauchen können. Sie kommen ja ungefiltert dahin. Das Internet hat die Eigenart in allen Dingen, dass alle möglichen Informationen, gute wie perverse, an den User, wie man so sagt, kommen können. Nur im Alltag weiß der User ungefähr, wie weit er gehen kann und wie weit nicht. Dieser natürliche Filter fehlt jetzt aber bei unserem Probanden, bei unserem Beispiel Muslim, bei unserer Beispiel Muslimin, denn die haben nie einen Maßstab gelernt. Meistens kommen sie aus Familien, die selbst nicht praktiziert haben, die aus reiner Tradition irgendwas gemacht haben. Das genügt aber jetzt unserem Identitätssuchenden nicht mehr. Und jetzt kommt es zu etwas, das nenne ich immer die Suguratslehre. Diese Leute suchen einen Sugurat für ihre verlorene Identität und finden sie in einem Pseudo-Islam, einem Islam, der einen Rückgriff macht, der keiner ist, der eine Strenge lebt, die nie da war und der zu Geboten kommt, die mit den anerkannten Fech-Meinungen der klassischen Gelehrten null und nichts etwas zu tun haben. Deswegen kommt immer ein Zerrbild heraus. Zerrissene Persönlichkeiten, das merkt man auch. Die Personen, die auftreten, ganz typisch schreien, ereifern sich, zeichnen sich durch eine krude Zusammenstellung von Kleidungsstücken aus, die aus allen Jahrhunderten zusammengewürfelt sind und die weder hierzu noch irgendwo anders passen. Es wird quasi eine Vergangenheit kreiert und zur Zukunft erklärt. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Wenn man die Leute dann fragt, ja, das war der Islam zur Zeit. Und dann kann man schon als ein halbwegs historischer Gebildeter sagen, nein. Das Problem ist, die wesentlichen Dinge, die die Religion eigentlich lehrt, das bedeutet eine gemäßigte Verhaltensweise, den Islam in dem Sinne auf positive Weise vorzuleben, ein gutes Beispiel zu geben, Menschlichkeit, das fällt alles unter den Tisch. Alles wird zum Feind. Jeder wird zum Feind. Und typischerweise, diese Leute beginnen zu missionieren und zwar in der Regel nicht bei Nichtmuslimen, wie man erwarten sollte, sondern unter muslimischen Kreisen selbst. So lange, bis sie als Störfaktor empfunden werden und hinausgeschwemmt werden und dann eben in der Welt etwas anderes anrichten. Das ist ein Teufelskreis, den wir die letzten Jahre immer häufiger gesehen haben. Und die Verortung ist ganz klar durch das Internet. Hier muss man natürlich auch fragen, wer macht das eigentlich und von wem bekommen diese Leuten die Seiten? Da könnte man jetzt viel zu sagen, das ist nämlich keine glatte Rechnung. Hier gibt es handfeste Interessen, die wollen, dass diese Entwicklungen da sind. Das gilt jetzt nicht für den normalen Bundesbürger, aber es gibt Kreise, die daran Interesse haben. Wenn man sagt, ja, das sind ja einige Verrückte unter den Muslimen, dann muss man sagen, Dumme findet man überall. Aber man muss ja auch bedenken, diese Leute, die in diese Extremhaltungen oder in diese dummen Haltungen kamen, kamen ja nicht von Null dahin. Das sind die Leute, die im Stich gelassen wurden. Die Leute, die nie die Chance hatten, sich zu akklimatisieren. Die Leute, die zwischen ihrer eigenen Community und der Mehrheitscommunity hin- und hergerissen waren und nie die Chance hatten, eine Identität zu entwickeln. Die meisten Personen, die man in dieser Hinsicht findet, haben erhebliche Persönlichkeitsstörungen. Und das ist auch das Problem. Ja, also das heißt, ich kann von jemandem, der psychisch labil ist, vielleicht auch jemandem, der ohnehin das Ganze vorher gewaltsam getätigt hat, nicht erwarten, dass er jetzt zum Übervater wird. Das wird er nicht werden oder zu Übermutter. Sondern er wird sich etwas wählen, was seinem Persönlichkeitszustand entspricht. Gefestigte Persönlichkeiten sind das nicht. Wenn man jetzt fragt, was ist die Rolle des islamologischen Wissens? Es ist so, dass man hier auf traditioneller und akzeptierter Basis bestimmte islamische Prinzipien, die Pflichtenlehre, die islamischen Wissenschaften, die Herangehensweise, die Hermeneutik, die Auslegung darstellt. Es ist so, wir hatten sehr, sehr viele Menschen dieser Art in den letzten Jahren in den Kursen und es gibt interessante Werdegänge. Es gibt Leute, die hatten am Anfang sehr abstruse Ideen und haben sich davon getrennt. Aus dem Grunde, weil sie sagten, ich habe viele Leute auch interviewt, wir hätten uns nie gedacht, dass es so etwas gibt. Auch viele nichtmuslimische Interessierte hatten wir immer wieder in den Kursen. Wir haben das auch immer so gemacht und auch die haben sehr interessantes Feedback gegeben und man merkt, die echte Tradition des Islam ist weitestgehend heute unbekannt. Das ist sehr erschreckend, denn die echte Tradition kennt diese Ausuferungen nicht. Diese Ausuferungen sind bekannt bei Richtungen und bei Gruppierungen, die man etwa seit der Neuzeit kennt. Entweder die modernistischen Richtungen und selbst das war nicht in der Art, wie wir das heute finden. Aber es ist so, alle Richtungen, die zu solchen, sage ich mal, Auffassungen oder Extremhandlungen neigen, stammen aus einer Zeit, die selbst Zeichen der Entwurzelung ist. Ende der Kolonialzeit, nationale Findung, was weiß ich. All das sind Probleme der Neuzeit. Oder wenn man so sagt, es ist im Grunde die Beeinflussung durch neuzeitliche Ideen, die einen Pseudo-Islam hervorbringen. Stichwort, es hatte kein Nationalismus werden können, jetzt muss es unbedingt ein, wie soll ich das nennen, ein islamischer Extremismus werden. Das hat seine Gründe. Ich könnte das genauso sagen, historisch gesehen, wenn ich mal das Wissen betrachte, Extremismus im allgemeinen Sinne hat seine Wurzeln immer in einer Entwurzelung. In dem Moment, wo ein Mensch satt ist, zufrieden mit seinen Nachbarn, seiner Umwelt lebt, kommt er gar nicht auf die Ideen. Auf die Ideen kommt er, wenn er seine Existenz als Last, als Bedrückung, als unlösbares Problem empfindet, dann wird er versuchen, dieses Problem zu lösen. Gelingt ihm das nicht, weil das weder mit Worten noch mit Taten zu machen ist, wird er zu Handlungen greifen, die gegen die Regeln, die Gesetze, die Gesellschaft wirken, weil er die Gesellschaft und die Regeln jetzt auf einmal selbst ablehnt. Er sieht sie als Problem. Das ist ein allgemeines, weltweites und über die Religion hinausgehendes Phänomen. Für uns wird das schlimm, man fängt an, uns und dem Islam die Schuld an diesen Entwicklungen zu geben, aber es ist geradezu so, dass die eigentliche islamische Tradition und die Wissenslehre das abgelehnt haben, aber das wird von vielen Muslimen gar nicht mehr gekannt, weil sie keinen Kontakt mit Gelehrten haben, keinen mit dem Wissensbereich, sich nie mit der Wissenschaft beschäftigt haben und also überhaupt gar nicht wissen, worum es da geht. Wie wichtig ist die Forschung für Islamwissenschaftler im Islam? Das Wichtigste ist, dass man den Islam überhaupt als eine Chance sieht. Solange es so ist, dann ist den Islam und die Muslime als eine Last in der Gesellschaft empfindet, wird das nicht gelingen. Das liegt aber daran, dass man von dem Islam de facto bis heute nichts weiß. Das kann man an einem einfachen Beispiel absehen. Würden wir den Islam zunächst einmal als Religion sehen, wir können ihn auch als gesellschaftliche Entwicklung sehen und als historische Größe. Würden wir ihn also, wie gesagt, als religiöse Größe sehen, dann müssten wir sagen, hat es in Deutschland, ich sage ehrlich, das ist eine rhetorische Frage, hat es in Deutschland denn jemals eine Diskussion zwischen muslimischen und christlichen Theologen über das Gottesbild im Islam und dem Christentum gegeben? In der Öffentlichkeit? Nirgendwo. Man sagt, wenn man ein kluger Mensch ist, indem man sich gerade so den Kopf packt, mein Gott, da sagt man Religion und monotheistisch. Wir wissen hier gar nichts über das Gottesbild. Ja, interessiert das nicht? Nein, es interessiert nicht. Das hat verschiedene Gründe und die Wurzeln dafür liegen in Deutschland in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat man das erste Mal erkannt, dass es Muslime gab, die zählbar waren. Da kommt die Frage der deutschen Volkszählung. Entsinne ich mich noch an die Sache. Dann in den 90er Jahren wurde das erste Mal das Kopftuch als politisches Symbol deklariert. Das datiert ungefähr, wenn ich mich entsinne, aus den Jahren von 1991 bis 1992. Da gab es die ersten Prozesse auch, dass man sagte in den Schulen, das Mädchen muss das Kopftuch runternehmen. Das ist kein religiöses, sondern ein politisches Symbol. Das lag damals an Dingen wie die Refah-Partei in der Türkei und viele Bewegungen dieser Art. Das heißt, in dem Punkt war es so, dass Muslime den Islam wiederentdeckten, aber als gesellschaftliche Größe. Das wurde aber von der deutschen Mehrheitsgesellschaft interpretiert als politische Größe. Auf die Weise geriet der Aspekt der Religion völlig in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist die Wurzel des Problems in Deutschland jetzt speziell. In dem Moment, wo die deutsche Mehrheitsgesellschaft erst mal interessiert aufmerksam wurde auf den Islam, trat gleich die Politik und die Gesellschaftskritik auf den Plan. Und die religiöse Größe wurde gar nicht wahrgenommen. Deswegen hat das alles überlappt. Heute stehen wir vor dem Schabenhaufen, dass wir die Religion nur als Extremismus wahrnehmen. Eine völlige Schieflage. Man merkt das an der Bibliothek. Machen Sie einmal die Probe. Ich habe es auch gemacht. Gehen Sie mal in eine öffentliche Bibliothek, da wo die Buchauslage zu den Religionen ist. Beim Buddhismus, Philosophie, Meditation, geistige Größe, Christentum. Da sehen Sie christliche Geschichte, auch durchaus mal kritisch. Dann aber zum Beispiel meditative Elemente, Vergeistigung, Islam, Politik, Gewalt, Kriegszustand und so weiter. Sie finden da außer mystischer Literatur nichts, was ernsthaft sich mit theologischen Themen auseinandersetzt. Das fehlt. Das heißt, das ist eine Widerspiegelung dessen, was man meint. Diese Widerspiegelung in der Literatur zeigt auch die Realität in der Meinungsbildung der meisten Bürger. Würde man den Durchschnittsbürger fragen, mit welchen Dingen identifizierst du den Islam? Dann würden die meisten interessanterweise gar nicht Religion sagen. Sie sagen Gefahr. Sie sagen Überfremdung. Sie sagen Terrorismus. Sie sagen etwas Eigenartiges, was nicht nach Deutschland gehört. Der Islam gehört nicht nach Deutschland. Könnte ich sagen, das Christentum auch nicht. Warum würde er nicht wieder Odin und Thor anbeten? Ich meine, nebenbei, das ist ja gar nicht tot. In Skandinavien gibt es ja ein sehr lebendiges Neuheitentum, nicht? Zumal am Rande. Es gibt viele Aspekte dabei, aber im Grunde sieht man hier, ist eine Verschiebung. Das kann man auch interessanterweise nicht den Kirchen anlasten und das kann man auch nicht den muslimischen Gemeinden anlasten. Die muslimischen Gemeinden spielen bei dieser Meinungsbildung überhaupt gar keine Rolle. Wenn man fragt, warum nicht? Wären es nicht die Gemeinden gewesen, die dazu beigetragen hätten? Da kann man sagen, nein, die waren völlig überfordert. Man bemühte sich eigentlich nur, den Freitagsgottesdienst und eine gewisse Gemeindetätigkeit aufrechtzuerhalten, denn Muslime bekamen ja als Minderheit auch keine Förderung naheliegenderweise. Die mussten ja gucken, wie sie selbst klarkamen. Von nirgendwo bekamen sie eine Unterstützung und waren es gewohnt, dass sie gegen alle Anfeindungen auch früherer Staaten, in denen sie lebten, ihre Religion irgendwie aufrechterhielten. Das wurde jetzt einfach auf die bundesdeutsche Situation übertragen. Der bundesdeutsche Staat und die Bevölkerung nahmen dieses innere Dilemma nicht wahr. Sie erkannten gar nicht, dass da zum Beispiel Leute oft waren, die in ihren eigenen Staaten Flüchtlinge oder Außenstehende waren und dachten, na, die sind ja einfach Muslime. Das war ja nicht so. Als dann dieser Zug abgefahren war, kam das nächste Problem. Die Presse erkannte das Potenzial, hier mit Feindbildern zu arbeiten. Das wurde weitlich ausgenutzt. Ich habe das am Kopftuch sehr deutlich gesehen. 1990 hätte niemand etwas mit dem Bild einer verschleiten Muslimin anfangen können. Selbst eine voll verschleite Muslimin mit Gesichtsschleiter, da hätte der Durchschnittsbürger in Deutschland wirklich gesagt, ja, Exotismus, exotisch, seltsam, wer sich wohl dahinter verbirgt, aber nicht negativ. Heute brauche ich dasselbe Bild nur hinzuhängen, am besten mit schwarzer Kleidung. Sofort, oh Gott, Gefahr, schau mal wieder, Ernst Friedrich, guck mal. Das heißt, die Haltung ist völlig anders. Die Konnotation ist so gewaltig, dass es schon dem pavloschen Effekt ähnelt. Ich brauche nur auf der Trommel zu schlagen und der Bär steigt hoch, weil er sich die Füße verbrannt hat als Kind. Genau dasselbe jetzt hier. Die Leute sind völlig indoktriniert. Es wird gar nicht mehr hinterfragt. Es ist dummerweise nicht möglich, diese Bilder aus den Köpfen vorzunehmen. Das ist nicht möglich. Und deswegen kann man nur über eine ganz andere Schiene vorwärts kommen. Hier sind wiederum die meisten Muslime überfordert. Wer sich in der wissenschaftlichen Ebene nicht ausdrücken kann, sondern nur mit äußerlichen Bildern, mit der hübschen Moschee und mit den Leuten, die da beten, punkten wild, das geht nicht. Diese Bilder sind schon zu sehr abgenutzt, sind schon konnotiert. Aber zum Beispiel jemand, der sachlich über den Islam spricht, der schafft Verwunderung. Das ist tatsächlich eine Chance. Ich sehe es so, die wissenschaftliche Betätigung des Islam kann ein wahreres, echteres Bild offenbaren. Und weil dieses Bild zu unser aller Glück noch nicht konnotiert ist, ist es möglich, sich so zu äußern. Denn die Wissenschaft ist hier Definitionssprache. Wenn man mir sagt, du darfst so über den Islam nicht reden, sage ich, wer bist du, dass du mir das verbietest? Das wird in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Man bewegt sich hier also auf einer Diskursebene, die wie eine doppelt befahrene Autobahn von beiden befahren werden muss per Definition. Während die religiöse Definition abgestempelt ist, ihr seid ja die, wir nehmen es nicht mehr wahr. Das heißt, ich sehe die wissenschaftliche Betätigung als eine Chance, dass man der bundesdeutschen Bevölkerung auch einmal sagen kann, schaut mal, hier ist ein geistiges Potenzial, was ihr noch gar nicht erkannt habt. Forschung ist nicht einfach nur das Reproduzieren von etwas Bekanntem. Wenn man fragt, wie wichtig ist die Forschung für muslimische Wissenschaftler und Forscher im islamischen Rahmen, dann würde ich sagen, sehr wichtig. Denn erst durch die Forschung kommt man auf neue Ideen. Das ist ein generelles Problem. Jeder weiß das. Die heutigen deutschen Universitäten haben auch ein sehr großes Problem mit der Forschung. Weil sie in Verwaltung und Lehrtätigkeiten ertrinken, kommt die Forschung meist zu kurz. Insbesondere, wenn sie nicht in Wirtschaft in der blanken Münze umzusetzen ist. Wir haben dieses Problem jetzt in der Hinsicht nicht. Natürlich erwartet man von der Forschung im islamisch-theologischen oder wissenschaftlichen Bereich nicht, dass das sofort in Gelddinge umgemünzt wird. Aber es ist wichtig. Die Forschung im islamischen Bereich beschäftigt sich ja etwa, wenn wir die Pflichtenlehre nehmen, auch damit, wie soll sich der Muslim verhalten. Auch, wie könnte eine muslimische Gesellschaft aussehen. Oder, wenn wir das für die Minderheitssituation nehmen, wie könnte die Interaktion zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ablaufen in einer geregelten Art und Weise, wobei uns, den Muslimen unsere Identität verbleibt und die Mehrheitsgesellschaft uns als Bereicherung ansieht. Das ist eine Forschungsfrage. Man müsste die klassischen Werke nehmen, schauen, welche Richtung dort angegeben sind. Dann müsste man auf die derzeitige Situation kommen und schauen, wo verträgliche Lösungen da sind. Die müssen aber so sein, dass sie von praktizierenden Muslimen auch akzeptabel sind. Ja, also das heißt, es kann nicht darin bestehen, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt, das stört, also schneidet es einfach weg. Denn nur die Minderheit kann ja selbst entscheiden, was ihre Überzeugung ist. Und nur die Mehrheitsgesellschaft kann entscheiden, was für sie im Ganzen akzeptabel ist. Hier braucht man Adapterfunktionen. Da wäre es wichtig, dass zum Beispiel Wissenschaftler etwas von innen her entwickeln, aber es auch auf einer anderen Gremienstufe der Öffentlichkeit präsentieren können, damit die Öffentlichkeit sieht, hier geschieht etwas, was auch für uns nützlich ist. Umgekehrt ist es auch möglich, dass wir nach Fragen forschen, die vielleicht insbesondere der Mehrheitsgesellschaft obliegen. Zum Beispiel die Frage nach dem Sinn der Existenz. Die Frage nach der Begründung moralischer Werte. Hier wird gerne gesagt, ja, wir haben Werte. Ich sage, diese Werte verlieren aber langsam ihre Grundlage. Man kann das ganz einfach so formulieren. Es gibt Werte, die aus Traditionen erwachsen. Und wenn diese Traditionen fallen, fallen die Werte auch. Einfaches Beispiel. Als ich ein junger Mann war, war es völlig üblich, wenn irgendjemand in der Öffentlichkeit nieste, dass alle Gesundheit sagten. Ich entsinne mich, ich saß in einem Zug, Großraumzug. Jemand nieste. Alle 300 Leute sagten wie auf einen Schlag Gesundheit, 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 Gesundheit. Und wenn einer daneben saß und es nicht sagte, dann wendet sich eine ältere Frau um. Haben Sie irgendwas am Ohr? Achso, Gesundheit. Na also, geht ja. Das war ein absolutes Muss. Das ist weggefallen. Ich sage nicht, dass daran jetzt die Welt hängt. Aber ich meine, es gab bestimmte Normen, die galten automatisch für die ganze Bevölkerung und wurden nicht erst eingeklagt. Dieser Konsens ist weitestgehend weg. Und zwar in vielen, vielen Bereichen. Kleidungsformen, Umgangsformen, Ausdrucksweise, soziale Verträglichkeit. Das alles hat sich langsam aber sicher aufgelöst. Und das liegt an der deutschen Gesellschaft selbst. Man merkt sehr deutlich, dass die Mehrheitsgesellschaft auch händeringend nach vielen Lösungen sucht. Aber sie hat sich selber den Zugang zu ihrer Tradition weitestgehend zugemauert aus verschiedenen Gründen. Hier kommen jetzt wir mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Betrachtet man Kinder als Bereicherung oder als Last? Die deutsche Mehrheitsgesellschaft würde weitestgehend sagen, Kinder sind eher eine Belastung. Tendenziös. Wir würden immer noch sagen, Kinder sind mehrheitlich eine Notwendigkeit, die wir auch wollen. Das ist eine völlig andere Sicht. Wenn man fragt, ja warum hat jemand zum Beispiel bestimmte Kinder? Häufig haben religiöse Gruppen, auch christliche, mehr Kinder als andere. Aber das hat bestimmte Grundlagen. Hier gibt es viele Berührungspunkte und viele Ansätze. Wenn man zum Beispiel sagt, ist es nicht notwendig, dass man dafür sorgt, dass bestimmte Bevölkerungskreise und bestimmte Altersstufen auch bestimmte Tätigkeiten ausüben. Es ist ja krank, wenn ein 60-Jähriger sich so verhalten muss wie ein 16-Jähriger. Und es ist genauso krank, wenn ein 16-Jähriger meint, dass er einem 60-Jährigen über den Mund fahren kann. Wenn ein 26-Jähriger meint, dass er die Erfahrung eines 60-Jährigen hat, ist das lachhaft. Und wenn ein 60-Jähriger sich nicht weiterbildet, kann er vielleicht auch dem 26-Jährigen nichts mehr sagen. Wir haben aber eine kulturelle Auffassung, die auch religiös geprägt ist, dass jedem Lebensalter etwas zukommt und dass es verschiedene Rollenverteilungen gibt. Das akzeptiert momentan die Mehrheitsgesellschaft nicht. Aber das ist nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht irgendwie spüren würde, dass das so ist. Denn die altersgemäßen Verhaltensweisen sind ja doch da. Aber man hat es nicht mehr eingebettet in ein gesamtheitliches gesellschaftliches System. Darunter leidet auch die Mehrheitsgesellschaft. Wir zum Beispiel kennen noch diese lebendige Tradition. Bei uns gibt es immer noch eine Familienstruktur. Man merkt aber auch, die muslimische Minderheit verliert langsam diese Großfamilienstruktur und es wandelt sich in eine Kleinfamilie um. Das sieht man bei der Mehrheitsgesellschaft noch viel extremer. Da ist die Kleinfamilie bereits dabei, zu weichen einer Ein-Mann- oder Einfrau-Familiengesellschaft, wo ein Teil nur noch Besucher ist. Und das heißt, hier ist die Frage, warum ist das so? Und wie sind die gesellschaftlichen Möglichkeiten? Hier kann der Islam sehr interessante Antworten geben, die man natürlich auch irgendwo hören muss. Aber die müssen durch Forschung aufbereitet werden. Und Stichwort, wir müssen als Community zuallererst auch unsere eigene Identität finden. Dann können wir mit einem gewissen Selbstverständnis auch an die Öffentlichkeit gehen und ihr auch etwas präsentieren. Das heißt, im Moment sehe ich die Forschung bei uns als Selbstschutz, aber auf längere Sicht auch als ein Angebot. Vielleicht kann das auch parallel laufen. Das ist aber dann auch so, dass gesellschaftspolitisch da auch die Politik ein paar Impulse geben muss. Denn man sieht, ein kleines Wort von Ministern und von Politikern bewirkt schon viel in der Bundesteutelöffentlichkeit. Die Vorstellung eines Bildungsinstitutes oder eines Institutes zur Förderung von muslimischer Wissenschaftsarbeit ist längst überfällig. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, dass diese Idee jetzt in dieser Art und Weise hervorgebracht, geboren worden ist. Ich finde es sehr gut und ich hoffe, dass das Projekt wirklich erfolgreich sein kann. Bisher macht sich das sehr gut. Alle, die ich dazu bisher gesprochen habe, waren enthusiastisch, waren so, dass sie ein positives Verhältnis dazu hatten, dass sie das als ein zukunftstragendes Element sahen. Ich persönlich finde es auch so. Ich glaube, wenn man einmal sich zusammengetan hat und sagt, wir wollen das auf die Bühne bringen, dann ist das auch möglich. Die Finanzierung ist eine Sache, das ist durchaus machbar. Räumlichkeiten sind ein bisschen schwerer, ist aber auch nicht unmöglich. Das Entscheidende ist eigentlich, dass ein Forum geboten wird, denn die Wissenschaftler müssen sich ja der muslimischen Community auch irgendwie mitteilen, damit sie akzeptiert und sieht, da wird was auch für uns getan. Und auf der anderen Seite müssen Forscher auch eine Möglichkeit bekommen, forschen zu können. Forschung bedeutet, ich muss mich auch mal vom täglichen Alltag ein bisschen lösen und muss mich intensiv auf eine Frage konzentrieren können. Aber wenn ich mit dem täglichen Broterwerb irgendwo sonst wo beschäftigt bin, dann kann ich nicht forschen. Das Problem ist, auch jemand, der eine zum Forschen geeignete Ausbildung hat, kann sie ja oft nicht ausüben, weil er mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, die nun einmal jetzt sein täglicher Job ist. Das ist ähnlich wie mit einer Autorentätigkeit. Ein Autor braucht, wenn er wirklich ein Buch zustande bringen möchte. Sicherlich ein oder zwei Tage in der Woche mindestens drei Stunden. Mit einer Stunde geht das nicht, denn man muss sich erstmal in die Stimmung versetzen. Manche müssen einen ausgedehnten Spaziergang machen. Man muss quasi die ganze Welt, die dem entgegensteht oder damit nichts zu tun hat, loswerden, den Kopf frei haben. Das geht eben durch Bewegung auch gut. Und dann muss man anfangen zu schreiben. Und wenn die Idee kommt, dann muss sie herausfließen und muss in Worte gefasst werden und muss ausbaldovert werden, muss mit Grafiken unterlegt werden. Man macht sich Planungen, alles mögliche. Es entsteht eine ganze Welt. Bis dann die liebe Frau sagt, und wieder den Müll runterbringen, sagt man, oh Gott, das war's gewesen. Aber wenn man auch nur eine Stunde intensiv dabei sein will, muss man mindestens eine Stunde, das ist die eiserne Regel, Vorbereitungszeit rechnen. Das heißt, es sind schon zwei Stunden und die müssen am Stück sein, nicht unterbrochen. Der Gedanke, wenn er einmal gefasst ist, ist wie ein Faden, den man aus einem großen Haufen herauszieht. Und man muss diesen Faden beibehalten, er reißt schnell ab. Eine Idee, die einmal gekommen ist, wird vielleicht rettungslos verdorben und verloren gehen, wenn sie einmal durch eine andere Handlung zwangsweise unterbrochen wurde. Und hier ist die Idee, dass man ein Institut hat, wo man Forschern, ich weiß noch nicht genau wie, die Möglichkeit vielleicht bieten könnte, zu bestimmten Zeiten intensiv befreit von den täglichen Sorgen einmal zu forschen. Das könnte ich mir durchaus so vorstellen, dass man ein konkretes Projekt startet und sagt, und hier gibt es jetzt Sponsorengelder oder hier gibt es jetzt Gelder, die gesammelt wurden. Dies ist zum Beispiel jetzt eine Unterstützung für, ich weiß nicht wie lange. Und in diesem Sinne würde dann eine Forschung stattfinden. Allerdings sehe ich da ein gewisses Problem. Ich kenne das aus dem Übersetzungsbereich. Es gab Leute, die haben mir damals auch angeboten, warum übersetzt du nicht mal dieses Werk oder jenes Werk? Dann sagte ich, naja gut, meine Miete muss ich täglich bezahlen. Sagen wir mal, du sponsorst mich jetzt für sechs Monate, solange wie das Buch dauert. Und was sage ich meinem Arbeitgeber? Der gibt mir nicht sechs Monate frei. Und wenn du fertig bist, willst du mich auch nicht mehr. Dann sitze ich arbeitslos da. Das heißt, hier ist das Problem. Eine Forschungstätigkeit wird wahrscheinlich nur dann Zweck haben, wenn sie auf Dauer angelegt wird, denn sonst wird sich niemand bereit erklären, das zu machen. Und die Zeit für die Forschung rauszuschaufeln aus den täglichen 24 Stunden einer anderen Arbeit ist de facto unmöglich. Ich habe es probiert. Ich schaffe es nicht. Also das ist das Problem. Wie die meisten, die hier etwas versuchen, tun das zwischen Tür und Angel. Hier mal eine Stunde. Hier stehe ich mir mal eine Stunde auf dem Nachhauseweg. Hier setze ich mal hin und lese ein bisschen, wo ich mich frei machen kann. Aber wir alle haben Familie. Wir alle müssen Lebensinhalt suchen und bekommen dann einen Job, der uns das vielleicht garantiert, aber nur um den Preis der Zeit. Aber die Zeit ist das, was wir als Material brauchen für die Forschung. Wenn es einem Projekt wie Evidenz gelingt, dieses Problem zu lösen, dann können wir eine echte Chance haben. Aber das braucht eine gute Planung. Das heißt, ich gebe diesem Projekt Evidenz eine gute Chance. Aber nur, wenn in der Forschung, also in der Planung mit berücksichtigt wird, dass eine Forschung nicht etwas ist, was man projektweise machen kann. Projektarbeit ist nicht Forschung. Projektarbeit ist so, dass man seine vorhandenen Fähigkeiten einsetzt, gebündelt und konzentriert auf ein punktuelles Ziel. Das ist machbar auch mit kurzen Geldern. Aber Forschung muss den Forscher quasi freistellen von der Problematik einer täglichen Arbeit, die ihn ja zeitlich und sonst wie geradezu abhalten würde von der Forschungstätigkeit. Er muss ja freigehalten werden. Dieses Freihalten heißt aber im Grunde einen Jobersatz. Das muss man sich klar machen. Man kann niemanden zur Forschung bringen, wenn man ihm sagt, ich sponsere dich für ein Jahr und dann musst du dir wieder eine Arbeit suchen. Das wird ja niemand tun. Hier ist das eigentliche Problem. Hier ist sozusagen die Krux der ganzen Angelegenheit. Wenn das Evidenz schaffen könnte, wäre das ein Meilenstein. Die Räumlichkeiten, ja. Das ist natürlich auch ein Punkt. Evidenz, soweit ich das gesehen habe, hat den Ansatz, dass man zum ersten Mal auch versucht, feste Räumlichkeiten zu finden und bereitzustellen. Das ist die eine Hälfte der Geschichte. Das stimmt schon. Denn ein Forscher muss ja auch seine Forschungsergebnisse irgendwo hinterlassen. Es braucht einen Raum, wo man geschützt arbeiten kann. Forschung ist wirklich wie ein schützenswertes Biotop. So könnte man sagen. Und die Früchte, die da wachsen auf diesem Feld, auf diesem Biotop, sind die Ergebnisse der Forscher. Und die Forscher sind wie die Gärtner. Man kann natürlich jetzt keinem Gärtner sagen, du kannst jetzt mal zwei Monate Gärtner sein, ansonsten fährst du wieder Bagger. Natürlich wird er dann nicht arbeiten. Er wird sagen, ich wäre zwar lieber Gärtner, aber nach zwei Monaten kann ich mich nicht arbeitslos melden. Dann kriege ich nicht mal mehr den Bagger-Job. Das ist das Problem. Evidenz müsste also und will es auch vielleicht zwei Probleme lösen. Die Räumlichkeiten, das Equipment und die Bereitstellung für die Forscher. Das ist sehr ambitioniert. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht, wie man das schaffen möchte. Aber ich finde es lobenswert, dass man das zumindest angeht und dass man versucht, in diese Richtung etwas zu bewegen. Das ist durchaus interessant. Wenn es gelingen könnte, und es wäre wirklich eine solche Institution, dann wäre das wirklich bahnbrechend in Deutschland. Eine solche Institution gibt es meines Wissens bisher noch nicht. Veranstaltungsräume, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. An sich ist es nicht so schwierig, eine Veranstaltung durchzuführen. Aber durch die Weltereignisse haben wir festgestellt, also sowohl ich als auch Evidenz als auch andere, dass es in der letzten Zeit sehr, sehr schwierig ist, geeignete Räumlichkeiten zu bekommen. Es gibt die Räumlichkeiten schon. Nicht aber bei Moscheen. Moscheegemeinden sind völlig überlastet, brauchen Räumlichkeiten für sich selbst, wenn sie die überhaupt haben. Und das, was wir für diese Vorträge brauchen oder für andere Informationsveranstaltungen oder für wissenschaftliche Vorträge, das müssen Räumlichkeiten sein, die auch dem Rahmen gerecht werden. Von der Platz, von der Platzauswahl, von der Akustik, von der Darbietung und so weiter. Es soll ein gewisses Niveau auch da sein. Aber diese Räumlichkeiten, die da sind, werden uns meistens vorenthalten unter fadenscheinigen Vorwänden. Häufig ist es so, in dem Bereich, dass man ja über Monate vorher planen muss, dann gibt es eine Zusage, die wird dann ein oder zwei Wochen vorher abgesagt. Dann kann man keinen anderen Raum mehr finden. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Hier ist es natürlich wichtig, dass man auch nicht immer betteln gehen muss. Das ist auch eine Frage der Würde der Community. Hat die Community keine Räume dafür, müssen wir betteln gehen. Oder wir können gar nichts mehr tun. Und hier ist der Ansatz eben gewesen, zumindest erst einmal, bevor man die Forschung vielleicht lösen kann, die Forschungsproblematik, dass man zumindest Räumlichkeiten findet und sie bereitstellen kann. Das ist sicherlich ein lobenswerter Ansatz und der wird tatsächlich dringend, dringender, als ich mir das früher vorgestellt habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.